Shake it down! Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy und ich habe ein neues Video für euch und zwar so einen kleinen Animations-Clitch in der Garage. Also der ist super einfach, das Einzige, was ihr halt dazu braucht, ist ein Kumpel dazu. Also alleine könnt ihr es nicht machen, aber ich finde so, wenn man mal in der Garage ist oder so, ein bisschen Langeweile hat, kann man es auf jeden Fall machen. Der Faune von dem Glitch ist der Partatel, super Kerl auf jeden Fall. Der kam auf mich zu und meinte, ja, er hat da was gefunden, ob ich es dann auch bei mir hochladen möchte. Und ich fand es eigentlich cool, dass er zu mir kam, bevor er ihn selber hochgeladen hat. Der Link zu seinem Kanal ist unten in der Videobeschreibung, auf jeden Fall mal auschecken. Dann braucht ihr noch drei große Fahrzeuge, oder halt eins von den drei, da empfiehlt sich der Sandking XL, den Dubser 6x6 oder den Wapid Guardian, den ihr im Hintergrund seht. So, was ihr dazu machen müsst, ihr müsst erstmal in die Garage von eurem Kumpel reingehen, der natürlich eines von den drei großen Fahrzeugen in seiner Garage hat. Dann stellt ihr euch mal so ein bisschen hinten an das Heck von dem Auto hin, also von einem kleineren Auto, ungefähr als bei einem Gaunlet oder Gaunlet oder wie der jetzt heißt, ungefähr so einen halben Meter dahinter. Und euer Kumpel muss dann den Stellplatz so ändern, dass auf einmal das große Fahrzeug, also in dem Fall ist der Dubser 6x6, da steht. Und dann habt ihr diese Ansicht, sodass ihr in der Ladefläche drin seid. Bei euch passiert erstmal gar nichts, wenn ihr jetzt zu nah oder zu weit weg von dem Fahrzeug seid, von der Ladefläche, dann spawnt ihr automatisch, so wie ihr es gerade im Hintergrund seht, spawne ich jetzt einfach weg oder laufe automatisch weg. Jetzt zeige ich euch nochmal, was ihr machen müsst. Ihr stellt euch einfach so, also wir haben es jetzt am ersten Stellplatz gemacht, einfach nur, um sich besser zu orientieren können wegen dem Fahrrad. So, da stelle ich mich jetzt einfach mal hin und es hat jetzt nicht geklappt. Da habt ihr einfach gesehen, da war ich jetzt einfach zu nah am Auto dran oder zu weit weg. Da müsst ihr euch jetzt auf jeden Fall ein bisschen rantasten. Ist eigentlich nicht schwer, so beim zweiten oder dritten Mal spätestens klappt es. So, ich zeige es euch jetzt noch einmal. So, ihr stellt euch wieder so an das Heck, an den Kofferraum von dem Auto hin und er wechselt einfach nur die Stellplätze von den zwei Autos. Und schon seid ihr wieder in der Ladefläche dran, drin. Ihr könnt jetzt auch nicht mehr raus, ihr könnt jetzt nicht rausspringen oder sonst irgendwas, aber euer Kumpel sieht das total verpackt. Und wenn ihr dann das Handy öffnet, um irgendein Foto oder so zu machen, dann geht es ab wie ein Tornado. Also für euren Kumpel sieht es richtig lustig aus. Ihr steht halt da einfach nur völlig gechillt in der Ladefläche und euch passiert jetzt gar nichts. Und ich zeige es euch jetzt gerade mal aus der anderen Sicht, wie es euer Kumpel quasi jetzt sieht. So, wir haben jetzt mal die Garage getauscht, einfach nur, damit ich das halt auch sehe und es halt auch euch zu zeigen, wie das Ganze halt aussieht aus der anderen Sicht. Und ich habe jetzt auch den Wapid Guardian da mal hingestellt und er stellt sich hinten an den T20 von mir hin. Und ihr seht ja auch links das Menü, dass ich die ganzen Stellplätze ändern kann. Und wenn er dann an dem richtigen Punkt steht, ändere ich jetzt einfach mal den Stellplatz von dem Guardian mit dem T20. So, und wenn es dann geklappt hat, dann seht ihr schon, wie der da hinten rumspackt. Also, es sieht wirklich mega lustig aus, wie ich finde. Vor allem, da gibt es noch ganz, ganz, ganz viele verschiedene Variationen, dass er zum Beispiel mit den Füßen unterhalb von der Garage ist und nur der Oberkörper rausschaut. Und wenn er halt das Handy öffnet, dann dreht es ihn wie ein Tornado. Dann, also es sieht übelst verspackt jedes Mal aus und halt jedes Mal auch ein bisschen anders. Also, ihr könnt auch mal gucken, wie es bei euch dann aussieht. Und manchmal sieht es halt auch so aus, als ob man, ja, so einen Meter oder zwei Meter neben dem Auto steht, so dass er halt wieder rausgeglitscht wurde. Aber das ist jetzt nicht der Fall. Dann müsst ihr einfach eine kurze Zeit warten, einfach mal nichts machen oder ein bisschen rumlaufen. Und danach, ja, teleportiert sie ihn wieder in das Auto rein und es fängt wieder von vorne an. So, jetzt holt ihr mal das Handy raus. Wir probieren mal, wie das abgeht wie ein Tornado. Ihr seht ja schon, jetzt hängt er da am Reifen rum. Also, es ist jedes Mal wirklich was anderes und ich finde es übelst lustig. Ich zeige euch jetzt nachher noch ein paar andere lustige Aufnahmen, die uns passiert sind. Also, wir haben das komplette Fahrzeug mal verschoben und sind dann beide am Boden gelegen. Also, es war richtig nice. Also, ich finde es übelst lustig, weil es ist eigentlich relativ schnell gemacht und man hat relativ lang auch Spaß für so einen kleinen Glitch, sage ich mal. Ihr seht ja auch schon, wie das Auto übelsam rumruckeln ist. Also, herrlich. Richtig geil auf jeden Fall. Ich wollte euch auch noch die Tornado-Animation zeigen, wenn er hinten auf der Ladefläche ist und einfach mal das Handy rausholt, um ein Selfie zu machen. Und dann seht ihr ja schon im Hintergrund, wie es ihn dreht. Also, wirklich mega geil. Als ob er jetzt gleich abheben würde. Aber ich finde es wirklich mega lustig. Ja, und wenn wir jetzt gerade auch bei lustig sind, möchte ich euch auch noch die andere Animation zeigen. Also, ihr seht ja schon, er hockt da unten unter dem Auto quasi auf den Knien, macht auch eine Geste. Also, völlig seltsam, wie er da unten drin hockt. Also, ich hoffe, ich könnte es natürlich da unten erkennen. Es ist ja echt schlecht, mit der Kamera da hinzukommen. Aber ich denke mal, man kann es ein bisschen erkennen, wie die Füße so halb im Boden verschwinden und er so in der Hocke da hockt. In der Hocke da hockt. Wie auch immer, ne? Wird man auch sehr lustig, wie er die Geste dann noch macht. Und ja, und auch je nachdem, wo er halt in dem Auto drin hockt oder, ja, sich, ja, wie sag ich, festgeglitscht hat, bewegt sich das Auto halt ein bisschen anders. Also, ihr könnt auch wirklich dann die Autos so ein bisschen in der Garage rumschieben. Wie wir das jetzt allerdings hingekriegt haben, das weiß ich auch nicht, weil da hat es wirklich so einen richtigen Schlag gegeben vom Auto. Das ist richtig weggehüpft. Also, wirklich mega nice. Und dann stand das Auto halt einfach mal so in der Garage rum. Ja, und das war es eigentlich auch schon mit dem Glitch. Viel mehr gibt es auch gar nicht zu sagen. Also, ihr könnt es natürlich auch gerne mit mehreren Leuten ausprobieren. Vielleicht kriegt ihr da auch zwei oder drei Leute hinten auf die Ladefläche. Vielleicht spackt es dann sogar noch ein bisschen ab, äh, ein bisschen mehr ab. Könnt ihr auf jeden Fall mal probieren. Und wenn ihr es geschafft habt, könnt ihr es mal in die Kommentare reinschreiben. Würde mich auch interessieren, ob es auch mit mehreren Leuten geht. Und, ja, schaut auf jeden Fall mal bei Patatel vorbei. Da war der Founder. Und ich bin jetzt mal an der Stelle raus und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Also, Jungs, haut rein. Macht's gut, euer Zeddy.